König Heinrich hält Gerichtstag im Fürstentum Brabant. Dort ist ein großer Streit über die Erbnachfolge entbrannt und König Heinrich weist sich nur einen Rat, ein Gottesurteil muss her und dieses soll sich zeigen in einem Zweikampf. Und da passiert tatsächlich ein Wunder, ein merkwürdiger Schwanenritter erscheint und er möchte der Beschuldigten Elsa im Kampf beistehen. Seinen Namen verrät dieser Held erst ganz am Schluss der Oper, Sie haben es sicher längst erkannt. Wir befinden uns in Richard Wagners Lohengrin. Hören Sie nun unser Ensemblemitglied Byung-Gil Kim als König Heinrich. Er ruft Gott, den obersten Richter, an. Er soll im Kampf ein Urteil sprechen. Byung-Gil Kim wird begleitet von Maxime Perrin am Flügel. Mein Herr und Gott, nun ruf ich dich, Mein Herr und Gott, nun ruf ich dich, dass du dem Kampf zugegen seist, dass du dem Kampf zugegen seist, durch leertes Sieg ein Urteil sprich, das Trug und Wahrheit klar erwast. des reinen Arm, die Pänenkraft, des feischen Stärkeseil schlaft. ung, der Paradiesglied byung-Gil Kim, des feines Erachtens. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020